Hallo zusammen, ich bin Lorenzo. Ich bin Beton. Wir machen hier eine Lehre als Automobil-Fachmänner bei der IMF-LG Folgenzülle und wir zeigen euch, wie es bei uns so läuft. Ich mache meinen Job gerne, weil ich mit Autos arbeiten kann und vor allem auch an AMG. Und dass ich für die Zukunft auch mit meinen eigenen Autos arbeiten kann. Ich habe mich für den Beruf Automobil-Fachmann entschieden, weil ich schon immer etwas mit Autos zu tun habe und als kleiner Kind immer mit Autos gespielt habe. Man sollte bei IMF-LG arbeiten, weil IMF ein grosser Arbeitgeber ist und ein grosses Team hat mit mehreren Lehrenden, die sich gegenseitig helfen. Als Automobil-Fachmann bin ich zuständig für den Service. Das heisst Bremskontrollieren, Flüssigkeiten auffüllen und Ölwechsel. Zudem gehört auch noch der Pneuwechsel. Und am Schluss putze ich noch Auto von drinnen und von draussen, damit ich das dem Kunden übergeben kann. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen, wie es so läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerben euch jetzt bei der IMF-AG in Volkenswil. Wir freuen uns. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.